Willkommen zurück zu einem neuen Raging PC-Sharp Tutorial. Heute zeige ich euch Peter Poco, einen kleinen ORM Mapper, so will ich ihn mal nennen. Ihr kennt ja bestimmt oder ihr habt schon mal vom Entity Framework gehört für PC-Sharp. Damit könnt ihr ja sowas hier zum Beispiel ersetzen. Ihr schreibt keine eigenen Selects mehr und passt dann mit dem Reader GetIn zum Beispiel Variablen die Werte aus der Datenbank zu, sondern mit einem ORM könnt ihr dann sagen, wir haben eine Model Klasse, die heißt zum Beispiel Haus.cs und dieser könnten wir dann zum Beispiel verschiedene Werte zuweisen aus der Datenbank. Wir würden dann hier oben die Tabelle definieren und darunter den Primary Key und dann würden wir mit dem ORM Framework uns erst direkt aus der Datenbank laden. Das Framework würde automatisch die Zuweisung von dem Datenbankfeld zur Variable bei uns in der Klasse machen und wir haben uns einen Haufen Arbeit gespart. Das Ganze wollen wir in diesem Tutorial einmal angehen und dazu benutze ich im ersten Schritt einmal Peter Poco. Das ist dieses Framework hier. Das ist ein Micro ORM Framework für .NET. Funktioniert natürlich auch für .C-Sharp und läuft für 2.0, 4.0, 4.5 und das werden wir uns jetzt einmal installieren und im nächsten Tutorial werden wir auch einmal das Entity Framework benutzen. Nur für kleinere Anliegen oder für kleinere Game Mods habe ich gedacht ist das hier schneller und einfacher zu verstehen und deswegen werden wir das einmal benutzen und gleich als Nougat Paket auch installieren. Wenn ihr natürlich keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, lasst doch gerne jetzt schon mal ein Like und ein Abo da und ansonsten findet ihr alles Wichtige unten in der Videobeschreibung. Wir öffnen wieder C-Sharp, also unseren Visual Studio, machen einen Rechtklick auf unseren Projektnamen, sagen Nougat Pakete verwalten, gehen auf durchsuchen und suchen hier oben Peter Poco. Einmal Enter drücken und installieren uns dieses Peter Poco, was knapp über 800.000 Downloads hat. Wir holen uns die aktuellste stabile Version. Sagen installieren. Ich stimme zu. Es dauert einen kleinen Moment. So ist installiert und jetzt können wir uns einmal unserer Klasse widmen. Wir haben ja hier einmal unsere Haus.cs Klasse und in dieser Haus.cs Klasse ist einerseits unsere Logik, die würde ich gerne gleich einmal in eine andere Klasse refactoren, so dass wir nur das hier haben. Das heißt, ich werde jetzt unsere Haus.cs Klasse einmal umbenennen in Haus.model. Sagen dann ja, dann endet er automatisch alles in dem GameMod hier. Und sage hier oben bei TotalWill, dass ich gerne einen neuen Ordner erstellen würde. Bei hinzufügen neue Ordner. Den nenne ich einmal Models. Ich kopiere da hier meine Hausmodel Klasse rein. Und erstelle noch einen neuen Ordner. Den Ordner nenne ich Controllers, so dass wir unsere Model Klasse, wo wir nur die jeweilige Klasse definieren und halt die Variablen zu dieser Klasse von der Logik trennen. Und die Logik kommt dann in einen Controller. Dazu erstellen wir einen Hauscontroller. Und dort implementieren wir dann diese Logik hier von unserem Haus. Dafür müssen wir ein bisschen umschreiben. Weil wir können natürlich ja nicht auf sowas zugreifen. Lass mich mal kurz schauen. Haben wir hier sowas? Ne, sehe ich im ersten Blick nicht. Das passt. Das heißt, wir erstellen hier eine neue Klasse. Die nennen wir, sobald es geladen hat, Hauscontroller.cs. Wir erben hier wieder von Script. Und müssen natürlich auch hier GTA Network API implementieren und kopieren uns aus der Haus.cs. Hausmodel.cs. Die Logik hier raus. Die drei Funktionen. Zack. Kopieren die über Hauscontroller rein. Sagen speichern. Und haben natürlich dann hier das Problem, dass wir erstmal nicht auf die Hausliste zugreifen können. So. Die Hausliste ist hier gespeichert. Die würde ich, die können wir eigentlich auch hier lassen. Aber die würde ich einmal gerne mitnehmen. Und die würde ich gerne auch in dem Controller haben. So. Hauscontroller, Hausliste. So. Dann seht ihr, hier haben wir hier keine Probleme mehr. Sondern in den anderen Klassen. Da hier überall noch auf Hausmodel zugegriffen wird. Können wir einfach einmal sagen mit STRG C. Sagen wir hier oben Hausmodel Punkt. Dann öffnen wir hier diesen kleinen Pfeil. Das ist der Ersetzungspfeil. Sagen wir wollen das ersetzen mit Hauscontroller. Dann sagen wir hier F3. Und sagen aktuelles Projekt. Genau. Er findet gerade nichts. Warum findet er nichts? Dann sagen wir einfach mal ersetzen. Bin ich verrückt? Warum findet er nichts? Man sollte natürlich Hausmodel richtig schreiben. Nicht englisch, sondern wir haben es so englisch geschrieben. Dann finden wir auch was. Dann gehen wir mal hier ganz nach oben. Und dann können wir natürlich mit Hausmodel Punkt, damit wir nichts überschreiben, was wir noch brauchen. Sagen hier alles ersetzen. Dann wird alles ersetzt. Und dann haben wir in den jeweiligen Klassen keinen Hauscontroller. Das müssen wir natürlich auch integrieren mit Alt Enter. Dann UsingTutorialControllers. Speichern. Und hier in der Klasse haben wir es auch nicht. Alt Enter. UsingHouseController. So. Dann haben wir die Fehler schon mal raus. Gehen wir in unsere Hausmodel Klasse. Hier können wir das Erben von Script löschen. Das brauchen wir nicht mehr. Und jetzt können wir mit den PeterPoco-Definitionen anfangen. Dazu müssen wir immer etwas deklarieren. Das ist ein deklaratives Framework. Das heißt, wir deklarieren über der Klasse mit den eckigen Klammern, wie ihr es auch bei den Comments kennt. Hier nutzen wir dann PeterPoco.Tablename. Damit können wir dann ein Tablename definieren. Und wie unser Tabellenname in der Datenbank heißt. Dazu schauen wir mal in die Datenbank. Gehen hier auf Admin. Und das dauert einen kleinen Moment. Hier haben wir es. Unsere Tabelle heißt Haus. Und nennen hier unser Tablename Haus. Dann haben wir nämlich diese Klasse der Tabelle Haus in unserer Datenbank zugeordnet. Und müssen jetzt hier noch PeterPoco wieder neu integrieren. Dazu schauen wir noch mal kurz in die Nougat Paket rein. Vielleicht habe ich das falsch auswählen installiert. Durchsuchen. PeterPoco. PeterPoco. Achso. Ja, da ist es veraltet. Wir brauchen natürlich die neueste Version 6.0.5.3.2. Ist die PeterPoco compiled. Installiert die einmal. Darauf wir einen kleinen Moment. Ja, man sollte natürlich auch diese Warnhinweise beachten. Und dann wird das auch erkannt. Dann haben wir die Verbindung schonmal zu unserem Tabellennamen. Und dann können wir noch sagen, was der Primary Key ist von unserer Tabelle. Das machen wir mit PeterPoco. Primary Key. Im gleichen Format. Und ich glaube bei uns war das die ID. Müssen wir auch mal kurz nachschauen. Haus. Genau, wir hatten die ID. Mit Autoincrement. Und damit haben wir schonmal die Verbindung hergestellt. Und jetzt können wir noch ein paar verschiedene andere Sachen machen. Wir können zum Beispiel sagen, dass wir nur bestimmte Felder haben wollen. Dazu könnt ihr mal hier sagen, PeterPoco. PeterPoco. Dann seht ihr. Ihr könnt sagen, wenn euer Klassenvariable einen anderen Namen hat, wie euer Datenbankfeld. Dann könnt ihr auch sagen, dass es ein anderer Column Name ist. In der Datenbank heißt es zum Beispiel nicht ID, sondern NewID. Dann wird NewID auf ID gemappt. So, da haben wir aber in der Datenbank alle Felder genau wie in dieser Klasse benannt haben. ID, IPL, POSX. Na, POSX haben wir nicht. Das müssten wir vielleicht noch ändern. POSY, POSZ, POSZ, Preis, Besitzer, abgeschlossen, Status. Dann müssten wir das hier auch etwas ändern. Wir haben zum Beispiel keine Position. So, das heißt, wir hätten dreimal PublicFloat POSX, GETZ, PublicFloat POSY, GETZ und PublicFloat POSZ, GETZ. Und ich glaube, wir haben sogar ein POS A. Die haben wir nicht. Das heißt, ihr braucht die gleichen wie auch hier. Und wenn ihr Variablen habt, die ihr nicht aus der Datenbank laden wollt, könnt ihr die auch ignorieren mit PeterPoco wieder. Wenn das hier erkannt wird. PeterPoco, Punkt. Dann sagt ihr das eine ResultColumn. Das heißt, dann wird die nicht mit ausgelesen und noch nicht berücksichtigt, wenn ihr damit später andere Sachen machen wollt. Das macht ihr bei jedem, bei jeder eurer Variable, wo ihr kein, wo ihr nichts aus der Datenbank laden wollt. Und wenn ihr das soweit gemacht habt, dann springen wir einmal in die Select Funktion, die wir bis jetzt haben vor unserem Haus. Denn dort müssen wir natürlich auch noch ein paar Sachen ändern. Und dazu springen wir einmal in die Select Funktion. Das ist bei uns hier in der Datenbank Klasse. Unter Lade alle Häuser. Und diesen ganzen Quatsch würden wir jetzt gleich nicht mehr brauchen. Das heißt, wir müssen uns kurz was auslagern hier. Eine Liste wollen wir trotzdem noch machen. Und ein Hauslabel wollen wir trotzdem noch setzen. Das kopieren wir uns einfach mal in den normalen Editor rein. Schieben das mal zur Seite. Aber das hier brauchen wir nicht mehr. So, den MySQL Command brauchen wir auch nicht. Aber die Liste. So, wie machen wir das jetzt mit PeterPoco? Mit PeterPoco müssen wir jetzt einfach einmal eine neue Variable definieren. Die nennen wir PeterPoco.Database. Die nennen wir einfach mal .db. Gleich new. PeterPoco.Database. Jetzt kommt die Datenbankinformation. Und dazu müssten wir hier was haben irgendwo. Datenbank.Connection. Hier kommt unsere Datenbank Connection rein. Als Parameter. Und schon können wir auf die Funktion zugreifen. Da wir hier mehrere Felder aus der Datenbank laden wollen. Benutzen wir ein ForEach. Und das ForEach machen wir mit Hausmodel. Ne, das heißt nicht mit U, sondern Hausmodel. Hausmodel. Ganz normale ForEach-Schleife. Und ich mal in. Jetzt rufen wir eine PeterPoco Funktion auf. Und zwar db.fetch. Wir holen was aus der Datenbank Fetch. Und dazu übergeben wir den generischen Typ unserer Klasse. Das wäre dann Hausmodel. Und hier können wir dann noch den Select reinschreiben. Wenn wir zum Beispiel etwas ordern wollen. Nach Größe von der ID oder so. Hier können wir zum Beispiel sagen. Select alles vom Haus. Ganz normal Select. Dann lädt ihr alles hier raus. Da könnt ihr natürlich noch Bestimmungen rein machen. Order By. Group By. Was auch immer ihr haben wollt. Und. Ja. Damit können wir jetzt eigentlich fortfahren. Damit wird alles was wir hier drin haben. Soweit. In unserem. In unserer Variablen Klasse gespeichert. Oder eher gesagt in dieser Hausmodel Klasse. Und das heißt einfach wir können diese. Diese Schleifen Variable hier. In unserem ForEach. Einfach in unsere Hausliste Tem. hinzufügen mit Add. Und so haben wir einfach. Direkt die Liste ohne jedes einzelne Element. Einzelne selektieren zu müssen. Aber. Wir wollen ja noch ein paar Sachen. Vorher machen. Wir kopieren uns. Aus unserem. Zwischenspeicher. Was wir eben. In den Editor. Reingezogen hatten. Raus. Und müssen nachher. Dieses Haus. Zu Hausmodel ändern. Überall. Ups. Das Haus. Zu Hausmodel. Da wir das ja verändert haben. Das können wir kurz überall ersetzen. So. Haben wir sonst noch irgendwo. Hier unten. So. Jetzt haben wir das ersetzt. Und was wir natürlich noch bei unserem Haus System machen müssen. Ist die Position setzen. Mit Hausmodel. Position. Gleich New Vector 3. Und jetzt sagen wir dann einfach Hausmodel. Post X. Hausmodel. Post Y. Und Hausmodel. Post Z. Speichern. Das ganze. Und es ist soweit fertig. Jetzt haben wir. Unsere Funktion angepasst. Auf die Peter Poco Funktion. Und das ganze könnte natürlich auch beliebig. Viele weitere. SQL Funktionen erweitern. Wie ihr es eben auch bei dem. Äh. Gitter Pre-Progziner von Peter Poco. Das verlinke ich euch natürlich auch noch mit unten. In die Videobeschreibung. Und dort könnt ihr dann auch nachlesen. Wo ihr das noch benutzen könnt. Aber ich denke die meisten. Die meisten von euch werden es bei Select Befehlen benutzen. Oder auch bei Insert Befehlen. Und deswegen kopieren wir uns einmal dieses Peter Poco. Wo die neue Datenbank initialisiert wird. Und gehen mal ein bisschen nach oben. Wo wir nach Haus Speichern ankommen. Hier seht ihr. Haben wir das ganze mit Update Haus. Müssen jede Variable einzeln zuweisen. Das löschen wir komplett raus. Kopieren hier unsere Peter Poco Funktion rein. Und sagen einfach db.save Haus. Damit speichern wir den kompletten Datensatz in der Datenbank. Genau das was wir auch vorher manuell mit dem. Ähm. Update bla 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 gemacht haben. Im Hintergrund passiert hier auch nur ein Update. Aber das übernimmt das Framework für uns. Bei erstelle Haus genau das gleiche. Löscht hier einfach alles raus. Das mit der Last Inserted ID wird so automatisch passieren. Dank unserer Definition von Primary Key. Deswegen müssen wir das auch nicht mehr machen. Einfach raus löschen. Haus ID brauchen wir hier oben auch nicht. Wir kopieren uns dieses Peter Poco hier rein. Und. Schreiben dann hier rein. Db.insert. Haus. Und in dem Moment wird auch bei Haus ID. Das was wir als Primary Key definiert haben. Unser Primary Key. Gesetzt durch Auto Increment. Deswegen können wir hier unten zurückgeben. Haus. Id. Ja. Und damit wäre das Haus System angepasst. Auf Peter Poco. Und ohne. Dass ihr manuell. Selects. Updates. Inserts. Oder sonstige SQL Befehle schreiben müsst. Ich würde sagen. Wir schauen uns das jetzt einmal noch auf dem Game Server an. Und dazu sehen wir uns gleich auf dem Game Server wieder. So auf dem Server angekommen. Sehen wir auch dass unser Haus geladen wurde. Wie mit dem. Manuellen System. Und wir können auch hier dann sagen. Bei Haus. Haus gekauft. Und wir könnten es auch betreten. Wenn wir in ein Interior Gesetz hätten. Dafür ein anständiges. So. Ihr seht. Das ganze funktioniert soweit. Egal ob ihr es auf dem manuellen Weg macht. Oder auf dem. Mit einem. ORM Framework. Und damit würde ich sagen. Sind wir am Ende vom Tutorial angekommen. Und. Bis zum nächsten. H&P Tutorial.